Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Geek Talk Daily. Heute ist Montag, der 12. Februar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 308 und ich habe die folgenden Themen mit für euch. Echo Show, klimafreundlicher, Cortana, Microsoft Store, Dolby Atmos, SBB, Videotutorial, Reparatur, Linux und Gerüchteküche. Bei ersterem beginnen wir mit Elektroautos. Je nachdem, laut einer neuesten Studie, sind Elektroautos zwischen 28 und 72 Prozent klimafreundlicher als herkömmliche Autos. Die grosse Differenz zwischen den 28 und den 72 Prozent in den ersten 150.000 Kilometern eines Autos liegen bei unterschiedlichen Faktoren. Zum einen, in welchem Land das Auto aufgeladen wird. Deutschland hat noch Braunkohle etc. Im Angebot und ja, im Strommarkt. Norwegen, Frankreich und ähnliche Länder haben da viel, viel weniger, weil wiederkehrende, ja, ihr habt mich, diese Energie, die freundliche, saubere. Ja, Montagmorgen, es tut mir leid. Das andere ist natürlich auch, woher die Batterien der Autos stammen. Da bei der Produktion gibt es natürlich einiges an CO2-Ausstoss und das ist unterschiedlich bei den einzelnen Ländern. Aber schon heftig, dieser Unterschied. Microsoft hat ein Update rausgebracht für den Launcher, den Microsoft-Launcher auf Android. Das habe ich ja vor zwei Wochen schon circa mal erzählt in der Daily-Folge, dass da jetzt versuchsweise Cortana mit reingekommen ist, der Sprachassistent aus dem Hause Microsoft. Und das ganze Feature wurde jetzt für alle ausgerollt. Also alle, die einen Microsoft-Launcher haben, bekommen das Feature jetzt nun ausgerollt. Nicht nur wie vorher eben für die Beta-Zugänge. Microsoft stört sich aktuell, zumindest in den Staaten, geht man gegen Apps vor, die den Namen Windows, Microsoft oder ähnliches im Namen der App drin haben. Eigentlich grundsätzlich okay, weil Name gehört ja ihnen und so weiter, Namensrecht. Lustigerweise hat das sechs Jahre gedauert und spannenderweise hat das zwei deutsche, unter anderem zwei deutsche Plattformen, Dr. Windows und das andere ist Windows Area, betroffen. Denn die beiden haben Post bekommen, dass deren ihre App eben gegen den Markennamen verstoss. Zumindest Dr. Windows hat die App jetzt so eingestellt, dass sie nicht mehr weltweit ausgeliefert wird, sondern nur noch im Dach, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und somit sollte sich das Ganze erledigt haben, denn die Klage kam, wie gesagt, über Amerika rein. Ziemlich unschön und ja, so kann man sich auch eine Community kaputt machen, aber ja, halt eben, Markennamen ist halt so. Au revoir SBB, titelt Windows United, eine weitere dieser Plattformen, die wahrscheinlich keine App hat oder zumindest noch nicht abgemahnt wurde oder noch nichts darüber geschrieben hat. Wie auch immer, die schreiben darüber oder berichten darüber, dass die SBB App auf dem Windows Phone ab März nur noch Fahrplan kann, keine Tickets mehr verkaufen kann. Das Ganze hat damit zu tun, dass sich Sicherheitsstandards geändert haben und die einfach auf der Plattform so nicht mehr gegeben sind. Und somit bleibt die App leider jetzt weg, zumindest für ein Ticketkauf. Das kann man direkt über die Webseite machen, ist nicht mehr ganz so komfortabel etc. Schade eigentlich, aber eben, Sicherheit geht vor. Der Amazon Echo Show. Ich habe ja lange darauf gewartet und gesagt, ich werde mir den kaufen, wenn der günstiger wird. Aktuell gibt es ihn günstiger zu kaufen. Jetzt muss ich nur noch einen Grund haben, um nach Deutschland zu gehen, damit ich mir den bestellen kann. Denn aktuell, Link bei uns auf daily.tiktok.ch, für 159,99 Euro zu haben, statt 219,99 Euro. Also deutlich günstiger. Wer uns unterstützen mag, bei uns eben auf daily.tiktok.ch. Ja, der Link, der da drin ist, ist ein Affiliate-Code. Da gebt ihr ein bisschen was zurück, dem Daily. Wir haben weitere Neuigkeiten der HomePod. Bei Apple wurden Tutorials veröffentlicht, und zwar Video-Tutorials. Zum einen, wie man mit Siri Musik abspielt. Wie man Home, also über die Touch-Bedienoberfläche das Ganze bedient. Da ist ja nicht nur Plus und Minus, also Lautstärke, sondern man kann auch vor, zurück und so weiter. Wie das Ganze geht und wie ihr euer Haus steuert damit, das seht ihr in verschiedenen Video-Tutorials von Apple. Und wenn ihr euch das Teil dann kauft, in Deutschland zumindest, kommt ja das dieses Frühjahr ja noch in den Markt. In den Staaten ist es seit dem Freitag draussen. Es lohnt sich für knapp 39 US-Dollar obendrauf, Apple Care zu kaufen, denn man weiß jetzt die Preise. Wenn ihr da was zu reparieren habt an dem Teil, 279 Dollar kostet das Ganze plus Versandsgebühr von 20 Dollar noch was obendrauf. Also kommt ihr knapp auf 300 Dollar und da seid ihr nicht mehr weit von einem Neuen entfernt. Also somit ein Pflichtkauf, würde ich doch sagen. Dann gibt es Gerüchte aus dem Hause Google. Eigentlich wollten sie schon auf Weihnachten letzten Jahres die Streaming-Gaming-Plattform inklusiv, so munkeln die Gerüchte, Konsole am Start haben. Das wurde jetzt verschoben auf Unbekannt. Wer weiß, Google.io steht ja an, vielleicht sehen wir da was. Da hat sich Google unter anderem Leute von Xbox und von Playstation geholt, die an dem Ganzen arbeiten sollen. Wir dürfen gespannt sein und mal sehen, ob Google vielleicht bald auch im Gaming-Markt mitmischen möchte und wird, wie auch immer. Das war es eigentlich schon mit allen News, die ich für euch heute habe. Ich wünsche euch einen guten Start in diesen Montag. Ich freue mich, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt, Feedback gebt oder auch auf iTunes einen Kommentar hinterlässt. Und ja, wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Wir hören, wenn ihr mögt, uns am Dienstag, also morgen wieder. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.